Moinsen und herzlich willkommen zum siebten Teil unseres Tokyo Extreme Racer Zero Playthroughs und Tag 26 in game. Wir haben schon ziemlich, ziemlich viele Gegner besiegt würde ich sagen. Also wir sind jetzt schon bei so 100 Rennsiegen. Haben den Skyline den wir hier gekauft haben schon auch ordentlich würde ich sagen nach vorne gebracht. Fast 600 PS inzwischen. Ist noch ein bisschen zickig teilweise wie er sich verhält. Ich hatte nochmal die Einstellung ein bisschen geändert. Mal gucken ob ich mich damit jetzt weiter anfreunden kann. Und ja ich würde mal sagen. Wir gehen mal gleich wieder auf die Piste hier. Und ja jetzt fängt es glaube ich schon langsam an. Also wir sind jetzt in der Phase wo wir wirklich nur noch so 2, 3, 4, 5 Rennen vielleicht gewinnen müssen. Bis da irgendwas richtig Großes passiert. Irgendein Rennen gegen einen echt, echt heftigeren Boss würde ich sagen. Das kann jetzt schon drauf hinauslaufen, dass ich jetzt echt erstmal ein bisschen suchen muss. Bis ich noch wen finde. Also es kann theoretisch dann ab so einem Punkt bei denen spielen. Das habe ich zumindest aus dem zweiten Teil gelernt. Echt drauf hinauslaufen, dass man dann nur noch einen Gegner irgendwo findet und den besiegt. Und dann geht es weiter. Und ich glaube dann würden wir auch schon den Vangarn freischalten. Oder nee. Kann sein, dass das noch dieses eine kleine Teilstück ist, was wir da noch zusätzlich freischalten. Ich habe ja auf jeden Fall das eine Rennen gegen, ich komme jetzt gerade nicht mal auf den Namen, aber auch gegen einen der 13 Devils. Also dieser, wie soll man ihn nennen, dieser Elite-Crew, die da im Hintergrund irgendwie existiert, aber sich sonst nicht irgendwie hier auf den Straßen zeigt. Beziehungsweise halt einfach nichts mit uns zu tun haben will. Und ja jetzt... Äh ja, irgendwie nicht krass genug für sie sind. Jetzt müssen wir mal gucken. Ansonsten vielleicht in der entgegensetzten Richtung, dass man den da durch einen Rennsieg gegen irgendeinen beliebigen Gegner triggert. Wir müssen das jetzt mal echt hier so ein bisschen ausprobieren. Mir ist vorhin mal aufgefallen, auch wenn meine Stimme irgendwie teilweise immer noch so ein bisschen weg ist. Ich glaube das letzte Video, oder vielleicht sogar schon das vorletzte Video, ist das erste Video gewesen, was ich zumindest aufgenommen habe hier auf YouTube. Bei dem ich nicht gegustet habe. Wow. Das ist also ein regelrechter Meilenstein. Mal gucken, wie es bei dem Video hier wird. Okay, ja. Das war's. Ah, cool. Okay, da ist er. Nummer 13. Cool. So. Okay, ich glaube, das wäre auch echt dämlich gewesen, wenn ich das von außen mit dem LKW vorbei versucht hätte. Ja, da sind wir schon mal vor ihm. Ich höre ihn aber. Ich höre sein Motorgeräusch. Wow, wow. Bisschen zu spät eingelenkt, aber es ging gerade noch klar. Ja, und in der Kurve habe ich es, glaube ich, im... Weiß ich nicht, ob das überhaupt in dem Rennen gegen ihn war. Nee, das war in einem anderen Rennen, glaube ich. Wo ich dann irgendwie auf einmal 50 nur noch gefahren bin, weil ich viel zu sehr abgebremst hatte. Wir fahren hier Outer Ring. Ich glaube, da zieht er auch mit. Schon ziemlich enge Kurve, oder? Kann man nur mit 80 durch. Ja, ist auch krank, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, ist so eine enge Kurve mit 80 durchballern. Jawoll! Auf Anhieb! Ja, machen wir uns nichts vor. Wenn ich das in dem Rennen davor gegen ihn nicht verkackt hätte, dann hätten wir es auch gewonnen. Und gleich noch einer. Und WTF? Ey, der sieht aus wie so ein... Wie so ein Türenwagen. So ein DTM-Bloodhound. Ohne Scheiß. Das ist der erste... Der erste Zone-Boss, nenne ich ihn jetzt mal. Des C1-Rings. Bin ich mir ziemlich sicher, jedenfalls. Shit! Okay! Und da platzt der Knoten jetzt mit, mit dem Rennen. Wenn wir mal gegen ihn gewinnen. Dann gab es auf jeden Fall auch schon im ersten Teil in Tokyo Extreme Racer. Auch wenn das Spiel hier ja auch, wie wir inzwischen alle wissen, Tokyo Extreme Racer heißt. Was uns natürlich permanent den Kopf schrotet. Und das war's! 15.360! Bloodhound besiegt. Und jetzt halte ich die Fresse. Was passiert jetzt? Achso. Okay. Oh. Das war's schon. New Car. Muss ich es ansehen? Ah ja. Aha. Achso. Also man kann hier echt die... Ähm... Boah. Sorry. Aber es kann mir keiner erzählen, dass der 300 PS hat. Ähm. Aber wie auch immer. Ähm. Man kann hier dann echt die Autos der besiegten Gegner quasi kaufen, ne? Aha. Ja. Und bei ihm glaube ich, dass der nur 345 PS hatte. Weil den haben wir eben komplett zersägt. Aber der hier war schon ziemlich schnell. Okay. Und wir haben neues Getriebe freigeschaltet. Was wahrscheinlich schweineteuer sein wird. Ähm. Ich schätze mal, so mit 15... 15.000 werden wir dabei sein. 16.200. Boah. Sechs Gang. Close Ratio Transmission. Also eng übersetzt. Macht ihn 10 Kilo leichter. Wir bauen die einfach ein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen ganz coolen Effekt hat. Und kann man die Gänge auch ein bisschen... Ähm. Ein bisschen besser dosieren. Ewig. Ich weiß, es ist bescheuert, dass ich immer wieder nachgucke. Aber teilweise, weiß ich nicht, misstraue ich dem Ganzen irgendwie so ein bisschen. Aber ich... Ich weiß nicht. Müsste mich echt drauf verlassen. So. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Getriebe hier am Start. Ah ja. Und da war er. Der erste... Der erste Booster wieder. Tjo. Ich will mir jetzt auch nicht so den Wolf schalten. Was haben wir denn hier? 2,45. Oh. Ich stelle das mal so aus dem Bauch raus. Anhand der Zahlen einfach ein. Ja, wir lassen das jetzt einfach mal so. Muss ich bestimmt noch ein Acht justieren. Garantiert. So. Tja, ich hatte irgendwie auf eine... Auf irgendeine Sequenz gehofft. Auf irgendein... Dass da irgendwas passiert. Vielleicht werde ich auch nochmal irgendwann die... japanische Version Acht spielen. Denn ich hatte gelesen, dass im... Vierter Gang geht bis... Locker bis 200. Oh. Ja. Vielleicht sollte man auch nicht nur auf den... Tacho gucken. Ja, mal gucken, wie das abgeht. Auf jeden Fall hatte ich gelesen, dass bei der japanischen Version mehr Videosequenzen dabei sein sollen. Mehr Cutscenes, was auch immer. Ob es jetzt wirklich gerenderte Videosequenzen sind oder halt nur irgendwelche In-Game-Engine-Cutscenes, keinen Plan. Aber ich feiere das Spiel hier jetzt schon so dermaßen. Irgendwas muss man ja machen, wenn man das hier durch hat. Obwohl, da gibt es noch im dritten Teil. Dann gibt es noch den Fortuna Challenge. Und diese Tokyo Extreme Racer Drift Teile. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mit dem Spiel hier dann echt durch sein werde, so gedanklich. Weil ich es dafür echt zu sehr feiere momentan noch. Also, es geht ja jetzt quasi erst richtig los. Also, wir kommen jetzt geschwindigkeitstechnisch in die Phase, wo es dann auch echt immer interessanter wird. Natürlich auch ein bisschen kniffliger die Autos hier zu beherrschen. Okay, 2200, super. Aber wo es im Prinzip richtig los geht erst. Da machen wir uns nichts vor. Am Anfang sind die Autos hier halt schon ziemlich langsam. Ja, und es würde mich halt einfach mal echt interessieren, wie die japanische Version, was sie da tatsächlich irgendwie anders haben soll. Und wie es dann sich auch nochmal bemerkbar macht. Ob es sich bemerkbar macht, dass es halt in 60 Hertz läuft. Also in wirklich echten 60 Frames pro Sekunde. Wow. Was natürlich optimal wäre, das habe ich tatsächlich mal bei einem Playstation 2 Spiel erlebt, dass es gemacht wurde. Also es ist technisch möglich, zumindest bei dem Spiel gewesen, wenn jemand halt die japanische Version mit englischen Texten versehen würde. Zumindest, das muss ja nicht deutsch sein. Das ist ja sowieso nicht so viel zu lesen. Ich glaube, das kriegt man noch zur Not auf dem E-Wörterbuch hin. Oh ja, Banisch wird halt schwer, ne? Also da bin ich raus auf jeden Fall. Auch wenn es echt ein Jammer ist, weil da könnte man sich echt noch ein paar Spiele auf diese ganzen Bangan-Midnight-Spiele dann reinziehen. Mit diesen ganzen, ja, Konversationen, die da zwischen stattfinden und so in den Rennen zwischen den einzelnen Fahrern. Okay, wir fahren jetzt erstmal wieder C1-Ring innen. Jetzt haben wir wieder jede Menge frische Gegner hier für uns. Kanonenfutter quasi. Ja, aber wenn es das geben würde, das wäre so geil. Und, wo ich mir das am aller, 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 allermeisten wünschen würde, weil das Spiel ist leider so für mich. Ich kann, komme damit halt auch echt nicht klar, wenn das alles, ähm, das alles japanisch ist. Ich glaube, der, äh, zumindest wenn man das Spiel noch nie irgendwie anders gespielt hat. Ähm. Ah, shit. Shit, 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 shit. Ähm. Äh, ich weiß nur nicht, wie es heißt. Ich glaube, irgendwie, äh, C1-Battle oder so. Ähm. Äh, das ist, meines Wissens nach, sogar noch nach Tokyo Extreme Racer 3 ausgekommen. Vielleicht sogar noch nach dem neuesten Tokyo Extreme Racer Drift Teil. Ich glaube, echt, das ist das letzte Genki-Spiel auf der Playstation 2 gewesen. Und, ähm, es ist komplett auf Japanisch. Alle Menüs, alle Texte, alles auf Japanisch. Es gibt zwar Handbücher, Quatsch, also, Handbücher, Quatsch, also, ja, weiß nicht, irgendwie, man findet so ein paar PDFs, ähm, oder irgendwelche Bilder, wo dann halt die Menüs übersetzt sind drauf. Dann kann man halt gucken, bevor man da irgendeinen Menüpunkt auswählt. Aber, weiß ich nicht, ähm, vielleicht irgendwann, äh, gebe ich mir das auch nochmal. Das kann man auch bestimmt mit, ähm, einem Force Feedback dann gerade fahren. Und man fährt quasi am helllichten Tage. Es sind irgendwie keine richtigen Straßenrennen mehr. Aber wenn ich mich nicht täusche, fährt man halt auch weiterhin hier in Tokyo. Das ist von der Grafik her schon nochmal ein gutes, gutes Stück weiter gewesen, als das Spiel hier. Sieht also in einer hohen Auflösung wirklich krass aus. Playstation 2-Verhältnis ist halt wirklich so mit eines der letzten Playstation 2-Spiele gewesen. Ja, es ist halt nun leider auf der Wagen statt. Wenn das irgendjemand, wenn es dafür so ein Englisch-Patch geben würde, irgendwann mal... Das Spiel, was ich meine, ist, äh, Front Mission 5, wenn ich mich nicht täusche. Auch super, super geiles Spiel. Vielleicht mache ich da auch nochmal einen Playthrough. Also, ich wehre mich jetzt auch nicht nur. Ich bin halt so schon, äh, was so Rennspiele angeht, auf jeden Fall, ähm, immer... Immer mit dabei. Ich kann auch nicht irgendwie... Also, ich merke das so, ähm, wenn ich irgendwie ein paar Monate spätestens kein Rennspiel gespielt habe, sondern immer nur irgendwas anderes, irgendwann juckt es mir dann echt in den Fingern. Und dann muss ich... Muss ich wieder irgendwas spielen, wo man, äh, halt fahren kann. Aber dazwischen spiele ich halt auch andere Genre. Und, ähm, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Jo, Ballalaika-Man ist das, ja? Ist das wirklich fucking Ballalaika-Man? Ja, es ist Ballalaika-Man. Was geht? Und, ähm, ja, das... Franchise, äh, ist gekillt worden. Wir haben, ich glaube, zu Xbox 360-Zeiten war das noch dann irgendwie so ein Action-Spin-Off rausgebracht. Den habe ich natürlich auch gespielt damals. Oh, shit. Aber... Das Spiel hat auch keine wirklich Kritiken bekommen. Und damit war es dann irgendwie Game Over. Keine Ahnung, wer da die Rechte dran hält. Das war auf jeden Fall absolut mega geil. Mega, mega geil. Da habe ich auch schon so viele Stunden rein, äh... puttert um das Spiel. Sehr spannende Missionen, die dann wirklich so teilweise auch Wendungen nehmen, wo man dann echt gucken muss, dass man da irgendwo klarkommt. Und sehr motivierende, ähm, sehr motivierende Kampagne, wo man halt immer neue, ähm, Roboter dann freischaltet und Teile für die Roboter halt und die andere Arme, Beine, Generatoren, so Energie-Generatoren und natürlich Waffen und so. Und das ist fucking krank. Ähm, ich glaube, die Piloten, äh, dieser Max Warnser hießen die da übrigens. Also eine Mischung aus Panzer und Walker wahrscheinlich, ne? MJ Six Feet Six. Okay, nee, wir fahren erstmal, lass mal gut sein, Digga. Wir fahren erstmal hier den C1-Ring weiter. Ja, Front-Mission 5. Da komme ich, äh, heute immer noch nicht drauf klar, wie, ähm, das in Japan ausgesprochen wurde, wurde irgendwie Fronto Miss Juno oder so, ganz komisch. Obwohl es halt weiterhin Front-Mission geschrieben wird, ähm, Hammer. Ja, und es kam halt auch nur in Japan raus. Es kam nur in Japan raus, das Spiel und, ähm, ja, kann man sich auf Englisch patchen. Und dann, ähm, ja, ist das perfekt spielbar gewesen. Das war dem Spiel vor allem ein gigantischer Aufwand gewesen, weil es super viel Text für inhaltet. Und ich könnte mir halt vorstellen, ey, für sowas wie, wie dieses, ich glaube, es heißt C1-Battle. Ähm, das wäre echt kein großer Aufwand. Das wäre wirklich kein großer Aufwand. Und das wäre halt auch ein Spiel, mal ganz im Ernst, ähm, das kennt keine Sau, ähm, wenn ich Genki wäre und ich gehe davon aus, die haben die Rechte daran. Na gut, es kann natürlich sein, dass sie die Rechte an den, äh, die Lizenzen für die Autos nicht mehr haben, ne, dass man das irgendwie erneuern müsste. Weil ich glaube, das wäre bei dem Spiel gar kein so großes Problem, weil es halt nicht diese Straßenrenn-Thematik hat. Oh Gott, hier habe ich echt super verkackt. Es hat halt nicht diese, diese richtige Straßenrenn-Thematik. Es ist halt problematisch heutzutage, um sich die lizenzieren zu lassen. Wundert mich eigentlich, dass es, ähm, Alter, dass man bei, ähm, Forza Horizon, Forza Horizon, ähm, nicht, ähm, nicht auch irgendwie so auch abgesperrten Strecken inzwischen fährt. Da gab es ja sogar auch so eine Straßenrenn-Serie. Aber, ähm, ja, es wäre wahrscheinlich irgendwie ein gewisses Wagnis, wenn man da jetzt Geld investiert. So, das würde ich damit sagen, für die, für die Erneuerung der Lizenzen. Und dann lässt sie das halt übersetzen, ähm, lässt das halt irgendwie, vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber ich stelle mir das nicht so krass vor. Ähm, irgendwer wird das schon portieren können auf eine neuere Konsole. Erhöhst da ein bisschen die Auflösung, musst ja nicht mal die Texturen irgendwie verändern. Und dann verkaufst du das für, erst mal für, weiß ich nicht, ein Zwanni. Ähm, release das halt auf allen Konsolen. Und, ja. Okay, Shocking Joe. Der schockiert mich gerade echt ein bisschen, weil es super fucking schnell ist. Wow, 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 wow. Das war super knapp, aber ich komme nicht mehr ganz innen vorbei. Dritter. Dritter, dritter, dritter. Das wäre ja quasi auch so eine Art Testballon für vielleicht noch weitere Spiele. Und natürlich diese Spiele hier, ne. Also die sind ja sogar schon englisch. Und die nochmal irgendwo irgendwie als Remaster rausbringen würdest. Ich habe es schon so oft gelesen in tausenden YouTube-Kommentaren zu den Spielen, wo die Leute immer wieder sagen, ey, hier oder halt in irgendwelchen Foren hier von Remaster, von Tokyo Extreme Racer 3 oder von mir aus vom zweiten Teil oder von diesem hier. Gut, ich würde dann ehrlich gesagt, ey, die sind ja niemals im zweiten Teil. Ganz ehrlich. Boah, das wird ein knappes Ding. Ich weiß nicht, ob er jetzt loszieht. Alter, wie viel PS soll er denn haben? Ich meine, gut, wir sind 30 Kilometer gefahren. Wir haben schon Leistung verloren, aber ähm, das ist ja super fucking schnell, ey. Okay, wow, ganz knapp vorbeigekommen noch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal so nah an ihn rankomme, jetzt in der Kurve. Das wird... Ah, zu spät hochge... äh, zu spät runtergeschaltet. Fuck, jetzt... Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen Arschloch hier. Nee, Digga. Nee, ja, die Kurve hier... Wow, runtersteuert er. Dritter Gang. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. LKW? Nicht gut. Jawoll! Shit! Hätte ich nicht gedacht. Okay, und da... Was ist das denn? Ah ok, ist ein S2000. DARK PRODUCER Ok, das Logo ist schon mein Fall. Es ist so behindert. Ein Kopf mit so Fledermausflügeln dran, so ein großer Kopf. Er ist Batman. Wisst ihr, er ist Batman. Nein, ich muss mich gerade echt zusammenreißen, dieses einen Batman, dieser ganz tiefen Schritt zu machen. So sehr zum Affen mache ich mich hier noch, jedenfalls nicht auf dem Kanal. Der Grip fehlt schon, also jetzt fängt wieder das an, was ich beim... beim Lancer irgendwie immer wieder dann gemerkt habe. Aber wir sind auch schon echt lang unterwegs. 38 Kilometer. Puh, alter. Shit. Ist nicht ohne. Ist nicht ohne. Alter Rutsch. Fängt auch schon an zu rutschen. Ich lutsche ihn hier wirklich komplett aus den Skyline. Ich habe echt das Gefühl so, das fühlt sich dann wirklich, ähm, echt nicht gut an. Hast dann wirklich das Gefühl, dass du dieses Auto richtig quälst. Das war's. 13.300, Dark Producer, abgehakt. Ich stelle mir dann immer vor, äh, kann ja irgendwie so durch Zufall ganz anders laufen. Und irgendwelche Leute haben... Genau bei dem Gegner sind sie komplett verzweifelt. Ähm... Haben da Tage für gebraucht. Okay, wieder neue Reifen, ja. Und Felgen und so weiter. Okay, wir haben CRX jetzt erst freigeschaltet. Krass. Achso, das ist gar kein S2000. Das ist irgendwie so ein... Ähm... Ja, Konzept, äh, Auto... Konzeptfahrzeug, ne? Frank. Ist ja schon irgendwie ganz cool. So. Naja, und ich stelle mir dann immer vor, ne? So, die Leute sind da dran verzweifelt. So wie ich an anderen Gegnern und... Einfach so instant besiegt. Gar kein Problem gewesen jetzt. So, jetzt haben wir wieder hier die Qual der Wahl. Ich möchte ja dann schon immer bei der Gelegenheit nochmal was anderes sehen auf dem Auto. Ich finde die Felgen schon ganz geil, so, keine Frage. Ey, die hier. Hä? Das sind drei Speichenfelgen. Ich finde die ja... Ja, ne, ich finde sie schon irgendwie nicht so schick. Tja, ich habe ja auch schon in den anderen Videos gesagt, wenn ich eine gewisse Zuschauer-Base hätte, wo man dann halt auch weiß, okay, da guckt jemand zu. Na, und High-Grip Tire 8. Mehr steht da nicht, okay. Bremssättel und Bremsscheiben verändern sich. Also Bremssättel kriegen eine andere Farbe und die Scheiben da sind jetzt gelocht. Ähm, wenn man halt wüsste, da gucken dann auch Leute zu, würde ich ja echt gerne streamen. Ich kann mir das schon ganz cool vorstellen. Ich habe überlegt halt, ähm, ja, irgendwie eine so Twitch, ähm, mal zu testen. Ich habe mal vor einem Jahr oder so ein bisschen, äh, bisschen da gestreamt, aber ohne Kommentare und so. Einfach so Gameplay irgendwie und ja. Aber jetzt habe ich halt irgendwie nicht durchgezogen, so wie ich das hier jetzt gerade mit dem YouTube-Kanal mache. Mal gucken. Da könnte man dann halt einfach sagen, yo, was soll ich jetzt für Felgen nehmen, ne? Stimmt mal bitte ab. Dann nehmen wir die. Das könnte ich mir echt cool vorstellen. Und wie sehen diese Felgen aus? Irgendwie finde ich die schon ganz abgefahren. Ja, ne, kommt. Ne, ne, ne. Ne, ne. Naaah. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eigentlich schon alle durch, die mir so auf Anhieb gut gefallen haben. Die hier fände ich auch ganz cool. Und die hier vielleicht. Ah, okay. Da hat man dann nochmal mehr. Die sehen fast aus wie die ersten Felgen, die drauf waren. Und ich glaube, die sind dann einfach verkromt, ne. Ah, ich glaube, ich nehme die. Ich finde die ganz cool. Ja, an den Reifen verändert sich irgendwie nichts. Zumindest an den Abmessungen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel die jetzt gekostet haben, ey. Scheiße. Hier warte ich auf was, ey. Hier muss noch, müsste noch was passieren. Ja, wir werden es sehen. So. Ne, wir fahren schon hier wieder weiter. Ja, da ist auch gleich einer. So soll das sein. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob das Auto jetzt leichter geworden ist dadurch. Ich würde fast behaupten, das hat am Handling schon ordentlich was verbessert. Und jetzt? Ne. Na ja, da müsste ich dann mal googeln. Mal gucken, was man machen muss, um gegen ihn fahren zu können. Dann können wir das hier ja gerade mal als kurzen Test-Run werten. Oh. Oh. Deswegen, also dieses Spiel hier mit Lenkrad. Ähm. Was ja sowieso das Handling massiv verbessert hat. Und ich meine, es lässt sich halt echt gut mit, äh, mit Controller spielen. Und dabei zum Fall. Ja, das ist schon echt toll. Aber das Spiel da noch mit, ähm, mit Lenkrad und Force Feedback wäre, glaube ich, absolut Endlevel. Genial. Aber ich will nicht weckern, also. Es ist schon nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl, auch wenn ich teilweise jetzt schon an meine Grenzen komme hier. Wow. Aber mit großen und ganzen ist es schon okay. Nichts für ungut. Ja, und ich glaube, den sechsten Gang haben wir bisher auch noch nicht gesehen, ne? Da bestand noch kein Bedarf. Oh, ich finde das so von der Übersetzung her schon okay. Kann man mit leben. Ja, also wenn das Auto wirklich frisch aus der Garage kommt, mit den Reifen, geht schon. Ja, da sollte ich den Mund nicht zu weit aufmachen. So, links ab wieder. Ne, rechts. Sorry. Ja. Jawoll. Bin jetzt eigentlich recht schnell, dass wir da schon wieder alle Gegner in der Richtung gesiegt haben. Kann natürlich dann noch den Outer Ring fahren. Wo wir jetzt schon mal unterwegs sind. Wo wir jetzt schon mal unterwegs sind. Auch ne geile Farbkommi. Woosh. Ja. Wooh. Okay. Shit da hatte ich definitiv nicht mit gerechnet. Hätte ich mal machen sollen. Besser. Wort mit F. Ah, scheiße. Ja, sowas... Sowas blödes. Ah, shit. Wirklich, das regt mich jetzt wieder auf. Super regt mich einfach. Scheiße, ey. Ja, egal. Ich meine, das ist wirklich ein absoluter 0815-Gegner, den... Das kann man so locker besiegen. Eigentlich. Boah, und bei 265 schalten wir da mal in den 6. Ja, so viel dazu. Okay, auch einer aus der Kuh. Okay, auch einer aus der Kuh. Okay. Okay. Okay? Bye. Wow, okay. What the fuck? Älter Schwede. Ich glaube, wenn das einem passieren würde, wenn man tatsächlich in diesem Auto sitzt und das würde sich so verhalten. Ja, ich glaube, das würde ich einmal machen und dann, wenn ich es überleben würde, wäre ich, glaube ich, raus aus der Nummer. Krank, wirklich krank. Das ist jetzt auch wieder so nah. So eine Crew, die sich so auf ein Auto spezialisiert hat. Da fahren jetzt alle so einen Nissan Silvia. John, der zieht auch ganz schön groß. Wow. Ich würde mir echt wünschen, dass dieses Auto nicht so schnell so instabil wird. Das ist wirklich echt ein Ritt, muss ich sagen. Also, der ist nicht so der liebe, brave Kumpane, wie man es sich wünschen würde. Der ist schon echt eine wichtige, ja, Viva, das Teil. Also ohne Scheiß. Ich muss mich hier schon ein bisschen nerven, das Ding ganz im Ernst. Ganz, ganz behutsam mit umgehen, auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz behutsam. So, Paninida, ja, doch, Paninida. Und Vanga. No. 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 Okay. Alter Digga, wirklich. Mein Ernst. Ja, und er ist noch ein bisschen Akku drauf, ein ganz bisschen. Ja, und er ist noch ein bisschen Akku drauf. Wir sind jetzt schon 30 Kilometer wieder unterwegs. Mal gucken, wie man an, ob du mich hält. Ja, und er ist noch ein bisschen Akku drauf. Hmm. Nicht schlecht, würde ich sagen. Was er da abliefert, das ist schon ganz ordentlich. Das ist schon verdammt schnell. Mal gucken, ob ich da jetzt noch was draus machen kann. Quasi würde jetzt eine Kollision ausreichen. Auch wenn er mir irgendwie hinten drauf fährt, dann war's das. Shit, 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 shit. Ah, fuck. Ich hab gedacht, er ist auf der linken Spur. Nicht richtig gesehen. Ah, Mensch. Ja. Da ärgert man sich. Ja, kommt noch ein Arf. Ein Versuch noch. Ja. 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 Weißt du! Ja. Ja. 아이들. Da. Ja. Ja. Da. Okay, das war ganz cool. Das ist bestimmt nicht gut für den Motor so zu fahren, im Outer Ring garantiert bin ich auch nicht gut für die Entwicklung und eigentlich so das ganze Auto, das was da so mechanisch anspricht wird. Jawoll. Ich würde sagen, Zeit fürs Jahrraben. Garagenpäuschen. Ich gucke jetzt gerade noch mal mehr neben. Susceptible, das Wort habe ich noch nie gelesen. Also ich würde mal sagen, stellst du das hier in die Richtung neigt er halt eher zum Übersteuern, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Vielleicht ist das ja genau das, was wir wollen. Ich probiere das mal aus. Vielleicht ist das ja sogar cooler, weil ich meine, er übersteuert da jetzt schon so krass. Dann dreht er sich einfach instant um 90 Grad, wenn ich die Bremse auch nur antippe jetzt wahrscheinlich. mal schauen. Mal schauen. Ich würde sagen, einen Run machen wir noch und dann ist schon wieder eine Folge zu Ende und mal wieder irgendwie eine Stunde vorbei. ein Wahnsinn. Also diese Spiele sind solche Zeitfresser. Ja, Halleluja. Halleluja. Das ist... Ja, ich glaube so... Mal gucken. Alter Schwede, ist das übertrieben. Okay, also dann geht es wieder in die entgegensetzte Richtung. Ah, hier sind schon echt ein paar schnelle... schnelle Leute unterwegs, ne? Das stimmt wirklich nicht, oder? 92. Fast. Jetzt. Ja. 2,91. Ich glaube, das war die größte Geschwindigkeit bisher. Da reicht lang. Aber sonst waren es dann nicht wirklich genau 2,90. Shit. Ja, ich traue mich jetzt auch gerade überhaupt nicht zu bremsen. Zumindest nicht voll. Ja, das war keine gute Entscheidung. Boah, er ist aber auch wirklich schnell gewesen. Krass. Ich habe die eine Kurve halt nicht richtig erwischt, aber er war schon echt super schnell. Mal gucken. Ah, das zieht die Statistik jetzt schon echt runter. Naja, und der Hund fängt jetzt schon an, so im 20-30 Sekunden Rhythmus immer mal wieder zu nölen, so ein ganz leichtes nölen. Teilweise stellt man sich dann auch schon die Frage, ob man sich das gerade nur einbildet. das ist Futterzeit. Das kann ja nur, ähm, ja, weiß ich nicht. Das kann ja nur dann, ähm, genau pünktlich soweit sein. Ich bin echt immer wieder fasziniert davon, wie krass. Zeitgenau, alter Schwede, der hat auch super wie keine Bremswirkung jetzt gerade. Zeitgenau, die dann, ähm, ja, auf dem, äh, ja, auf dem, was will ich denn sagen? Auf der Matte stehen? Nee, ne? Auf dem Plan stehen? Macht auch keinen Sinn. Ja, wie, äh, pünktlich sie dann anfangen zu nerven? Sagen ich es jetzt. Alter Schwede, nee, nee. Das geht gar nicht klar, gerade mit der. Ah, schon, dann wäre er gut rein gewonnen. Er ist wirklich teilweise unheimlich. Ähm, Punkt. Punktgenau. Jeden Tag aufs Neue. Sorry. Nee. Mag vielleicht der ein oder andere mit klarkommen, aber ich definitiv nicht. Das ist mir... Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Alter Schwede. Zффình. Du talks nicht. Ich verruf hier echt ein paar viel Stunden. Du bist mit neuer. Du bist mitten, ich transport lapid oder andersherz. Mach dich für mich raus. Du kannst mich verg'dreffen. Mach dich Universal. Nis个IRE Chaos. Ich komme jetzt nicht mehr für mich. ZuffEden Ranger. Mach dich immer einen privat. Nie li $arma. Du bist glaubst du in Feng. Was ist das? Ah, das ist der Autopilot, ne? Krass. So, und ich würde sagen, den nehmen wir noch mit. Dann war es bestimmt eh schon wieder über eine Stunde, also ich habe echt bei dem Spiel Zeitgefühl Null. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielleicht könnte man sich da sogar dran berühren, an die Klappse-Einstellung, aber... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ja gut, es zieht halt auch einfach ein bisschen an. Die Gegner werden echt schneller, knackiger und ja. Bis man halt dann noch weniger Fehler machten. Und hätte ich eben wieder gedacht, der LKW ist auf der linken Spur, nicht auf der rechten. Hm. Ja. 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 Jawoll. Ist da noch was geworden. So. Und? Passiert da was? Ne. Alles klar. Ja. Ja. Dann gucken wir nochmal, ob sich hier der Name geändert hat von uns. Ne. 293 Km. Ich glaube es war unsere höchste Geschwindigkeit bisher. Sind jetzt schon 11 Niederlagen. Das ist schon bitter. Aber ja. Hält sich noch im Rahmen würde ich sagen. Ähm. Ja. 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 Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich mal wieder wie immer zu bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch ja auch in dieser Folge wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm. Tja. Da haben wir jetzt erstmal noch eine Menge vor uns. Also. Äh. Erstmal werde ich dann nochmal mit der Einstellung des Autos ein bisschen rum hantieren. Äh. Das äh. Ja. Kommt meinem Fahrstil jetzt gerade nicht so richtig entgegen. Ähm. Habe ich ein bisschen verbastelt. Aber. Kriegen wir schon hin. Ähm. Ja. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal wenn ihr Lust habt. Oh. Shit. Da ist der Maussager jetzt auf dem Video gelandet. Und ja. Macht's gut. Bis denne. Ciao.